hey freunde schön dass ihr eingeschaltet habt heute habe ich was ganz besonderes für euch und zwar den niegelnagelneuen mega geilen trustmaster e-swap professional controller von trustmaster den ich von euronics berlet für euch zur verfügung gestellt bekommen habe um ihn für euch zu testen aber packen wir das gute ding erst mal aus so da ist er also der e-swap controller von trustmaster ist exklusiv bei ironics berlet zu erwerben und ich würde sagen wir gucken uns erstmal die verpackung an auf der rückseite habt ihr so ein bisschen die erklärung oder ein bisschen beschreibung hier gibt es diese color upgrade packs das besondere ist zum beispiel hierfür fighting arcade fighting spieler dass es ein rundes die pad gibt wahlweise oder zusatztasten weil die richtigen arcade zucker haben alle sechs buttons parat liegen keine schultertasten und können dann richtig durchballern ansonsten gibt es nicht viel zu sagen zu der verpackung außer dass die wichtigste funktion hier schon abgebildet ist die mod funktion dies web funktion aber packen wir das gute teil mal aus karton schließt sich magnetisch auch sehr nice sieht super cool aus muss ich sagen ich habe schon trostlosere bestattungen gesehen wie diese oder als diese verpackung daran sieht man mit wie viel liebe trustmaster den controller auch ins rennen schickt er liegt sehr gut in der hand sehr wertig die ist absolut cool man merkt wirklich dass man ein edles stück in den händen hält hier hat man mechanische tasten das digipad zwar nicht fühlt sich aber im vergleich zu den originalen playstation 4 controller sehr cool an auch die schultertasten machen einen sehr guten eindruck die pads oder die thumbsticks sind auch noch mal über eine software kalibrierbar man kann da den todpunkt einstellen wie schnell reagiert oder wie feinfühlig der funktionieren soll alles über eine software einstellbar zu der wir gleich noch kommen ihr habt auf der rückseite noch mal das äquivalent zu den tasten hier vorne und ich muss sagen die sind ein wenig abstehend und sehr gut zu erreichen er wird sich jetzt fragen also ich natürlich auch was soll ich denn damit ich habe hier so viele klamotten so viele tasten wofür brauche ich denn jetzt noch die rückseitigen tasten ja ich erkläre es euch direkt und zwar wenn er jetzt shooter spiele beispielsweise spielt könnt ihr laufen zielen und wenn ihr jetzt im sprung noch zielen wollt müsst ihr den daumen verlassen um auf x zu drücken wenn ihr aber die x-taste auf der rückseite habt könnt ihr weiterhin laufen weiterhin zielen und springen und schießen und seit ganz vorne mit dabei ist eine profi einstellung was auch erklärt warum man gegen manche freaks absolut nicht anstecken kann weil sie halt diese profi controller haben dieser controller hat aber gegenüber den anderen profi controller für jetzt keine namen nennen den einzigen vorteil dass ihr durch dieses web funktion wenn mal ein bauteil kaputt ist gibt es zusatz packs oder man kann auch bestimmt die sachen einzeln bestellen und tauscht das dann einfach aus und der controller ist nicht komplett schrott schrott ist er erst oder defekt wenn diese tasten versagen weil das sind die einzigen sachen die man hier nicht wechseln kann leuchtet mir jetzt nicht ganz ein warum man das nicht auch noch gemacht hat aber die sind mechanisch bis zu fünf millionen mal klickbar bevor sie irgendwie verschleißen eine sehr solide sache ihr habt hier das ganz normale touchpad den share button options button playstation button ihr habt ihr zwei leuchten für die spieler profile es sind zwei profile vor installiert könnt aber über die software dann die profile noch verändern und hier wechselt ihr dann einfach mikrofon mute button und den klinken eingang für das headset ja die besonderheit an dem controller ist halt dass man alles modular wechseln kann jedes bauteil hat seine eigene oder seinen eigenen platz packen wir erstmal hier noch aus unter ist noch ein bisschen von leitung ist aber alles ziemlich selbst erklärend und daher glaube ich nicht dass irgendjemand unbedingt die anleitung haben muss schön dass sie dabei ist so und hier habt ihr halt ein säckchen von trust master mit einem kleinen werkzeug dieses werkzeug ist eigentlich nur dafür da die schultertasten also die unteren schultertasten l2 r2 zu wechseln die sind leider nicht irgendwie magnetisch würde wahrscheinlich auch nicht unbedingt funktionieren und das digipad das lässt sich leider nicht so einfach rausziehen man muss dann hier dann haben wir in den säckchen ein usb kabel drei meter lang hochwertig um mantel und einen sehr guten passgenauen stecker mit so zwei nasen hat den vorteil dass sich das nicht bewegt und man den anschluss vorne nicht kaputt macht normalen playstation controller liegt das alles ein bisschen offen und hat immer das gewicht nach unten natürlich mit der zeit geht mit sicherheit auch mal der steckplatz kaputt einziger nachteil ist bei der geschichte man hat kein akkubetrieb alles über kabel drei meter müssten aber reichen viele sage ich mal gelegenheits spieler werden jetzt sagen ist er nur kabel voll blöd hat aber den vorteil ihr habt eine sehr gute latenz was bei profi gamern sehr sehr wichtig ist wenn ihr viel wenn ihr fifa spielt schießen wollt kommt es auf millisekunden an wann der ball wirklich auf reise geht oder shooter wann ihr den headshot verpassen wollt und so weiter natürlich bei fighting games auch nicht ganz so extrem wichtig aber wer ein profi spieler werden will braucht eine hohe latenz oder eine gute latenz eine hohe latenz ist ja wahrscheinlich das gegenteil davon und deswegen nur kabelbetrieb nächster nachteil oder nicht wirklich ein nachteil ist es ist kein mikrofon drin kein lautsprecher weiß nicht habe ich noch nie genutzt eigentlich nervt wirklich also mich nervt das wirklich nur deswegen sehe ich es jetzt nicht unbedingt als nachteil es ist kein lautsprecher da und fertig aber ein wichtiger punkt ist dabei ihr habt keine lichtleiste hat aber auch zwei gründe weil ihr mit kabel spielt und für vr ist diese lichtleiste halt wichtig doch wenn man mit dem kabel spielt ist dieses vr erlebnis diese immersion sowieso beeinträchtigt und mit diesem controller sollte man sowieso keine vr spiele spielen dafür gibt es die move controller und den im controller der sowieso besser geeignet ist für shooter in vr aber das nur am rande ja kommen wir zu der software ihr könnt halt die profile ganz einfach mit dieser software verändern ihr könnt alles mögliche einstellen wie tasten belegung den todpunkt der sam sticks und ihr könnt von den triggertasten könnt ihr die intensität einstellen für rennspiele ist halt wichtig dass man das gas ganz durchdrücken kann und bei shooter ist halt wichtig dass man trigger stopp hat dass man direkt bei der betätigung den schuss abliefert oder bei fifa zum beispiel auch wobei bei fifa wahrscheinlich die normalen mechanischen tasten genutzt werden dafür das ganze zum kalibrieren ja ihr könnt eure profile speichern zwei stück könnte dann halt umschalten wenn ihr gerade haben wollt ist natürlich alles nur auf dem pc einstellbar aber die software funktioniert erst rein und von daher eine sehr feine sache zusätzlich zu den mods außerdem gibt es natürlich ein color pack oder verschiedene sachen geht es dann auch noch auf den markt geben ich habe jetzt ein color pack in gelb das werde ich euch mal vorstellen natürlich farblich gesehen geschmackssache einfach mal gewählt für dortmund fans vielleicht ganz interessant jetzt könnt ihr natürlich auch die xbox variante einstellen das coole ist ihr könnt die webfunktion auch während des spiels durchführen das beeinträchtigt gar nicht oder ist auf jeden fall möglich man muss nicht in menü rein und stopp und pause und dies und das eben macht einfach wenn ihr wollt stoppt ihr das spiel kurz macht eine pause wechselt den controller wechselt die position der mods wir haben da noch mal griffige tasten alles sehr passgenau hier ist es jetzt nicht so gummiert wie beim originalen von dem originalen liegt es etwas besser in der hand sind so viel wenn man jetzt diese rückseitigen tasten nutzen würden muss man schon bisschen grip haben aber das ist halt optisch anders jetzt könnt ihr hier oben die l2 und r2 taste wechseln dazu braucht ihr aber das werkzeug die schrauben lösen so jetzt habe ich bei anderen tests gesehen dass die umgeholt haben tasten werden nicht magnetisch oder schrauben werden nicht magnetisch aber im letzten versuch sind sie noch ein bisschen magnetisch ihr habt ja hier diese magnete physikunterricht was man vielleicht dass das so ein bisschen dann die wirkung hat dann nehmt ihr einfach eure tolle taste das ist ja wirklich sehr 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 passt genau hier da magnetisch Wenn man was vorführen will, dann funktioniert es nicht. Das ist auch nicht schlimm. So, Hexenwerk ist es auch nicht. Handwerklich begabt bin ich auch nicht. Ah, das hat doch noch funktioniert. Total geistet. Einen großen Vorteil hat die Sache auch noch. Wenn jetzt mal so eine Taste abbricht oder so, ist nicht die Mechanik kaputt, sondern nur die Taste. Bei anderen Controllern könnt ihr das wahrscheinlich vergessen. Könnt ihr zur Reparatur bringen, dann zahlt ihr wieder ein Heidengeld. Dieses Pack, gut, kommen wir mal zum Preis. Dieses Mod Pack kostet ungefähr 30 Euro. Der Controller kostet 170, 169 in dem Dreh. Ist natürlich ein stolzer Preis, aber für Profi-Gamer absolut gerechtfertigt, weil er ist erstmal von der Qualität her Bombe. Ist von der Haltbarkeit auch sehr, sehr gut. Und sollte doch mal was kaputt gehen, hat man wirklich sehr gute Möglichkeiten, den Controller wieder in Schuss zu kriegen. Kippt was speziell. Aber das ist doch, das ist auch das Einzige, was hier ein bisschen problematischer ist. Was hier in Omega ist, dadurch, dass die Tasten verlängert sind, kommt hier supergeil hier dran. Auch wenn ihr jetzt die rückseitigen Tasten nutzen würdet. Ich weiß nicht, wer das macht. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr mit so einem Profi-Pad umgeht. Wird gerne mal so einen Meister bei der Arbeit sehen. Aber es ist schon echt geil, wie man da dran kommt. Ich muss sagen, er liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Alle Tasten, alle Funktionen sind sehr gut erreichbar. Ich bin von dem Controller absolut begeistert. Ich bin zwar kein Pad-Zocker, aber ich habe sogar Gran Turismo damit gezockt. Weil Trust Master ist ja eher so die Liga von Rennspielen und Flugsimulatoren. Und ich nutze Trust Master eigentlich nur als Lenkrad. Hab aber jetzt Gran Turismo Sport mit dem Controller getestet, was super funktioniert hat. Dadurch, dass ihr den Totpunkt einstellen konntet, habt ihr natürlich den Lenkradeinschlag auch richtig schön kalibriert. Oder nach allen Wünschen einstellbar. Und Gas und Bremse lässt sich auch dosieren. Sonst gibt es nämlich immer nur Vollgas und Vollbremsung. Jetzt kannst du schön langsam drücken und langsam reinbremsen. Und natürlich nicht diese hakelige, von Pads gewohnten Lenkanschläge. Entweder voll oder gar nicht. Hier kann man halt dosiert einlenken. Ist eine sehr geile Sache. Ich werde es mir jetzt nicht für die Rennspiele holen. Aber es ist eine super Ergänzung, wenn man Profi-Spieler werden will. Und mit Sicherheit wird sich das in meinem Repertoire sehr gut tun. Für weitere Projekte oder Videospiele, die ich mal testen werde. Finde ich, ist es eine geile Sache. Viel mehr gibt es eigentlich zu den Controllern nicht zu sagen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde alles nochmal in die Videobeschreibung rein tun, was wissenswert ist. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Vergesst das Abo nicht. Und wenn nein, schreibt in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Oder was euch persönlich an dem Controller stört. Ja, wie gesagt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und hat euch ein wenig informiert. Bleibt abschließend nur noch zu sagen. Bleibt gesund und schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao. So meine lieben Freunde. Das war es mal wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst den Daumen hoch nicht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich über jeden Kommentar und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Hier auf Rocket Channel. Bis bald.